Ja, und in unserer nächsten Geschichte geht es im Grunde auch um diese Frage, nämlich wer sind wir und wie wollen wir eigentlich sein? Nicht politisch, nicht auf Beamtenemende, sondern als Gesellschaft. Vermutlich nicht zufällig ist in diesem Wahljahr eine Debatte über eine österreichische Leitkultur entbrannt. Laura Franz und Jule Ordner haben daher nachgefragt, welche Werte sind gemeint, an die sich Menschen, die zu uns kommen, anpassen sollten? Gelingt das Zusammenleben auf diesem Weg besser und lassen sich so die größten Problemenversäumnisse in der Integration lösen? Was prägt Österreich? Ist es die Landschaft, das Brauchtum, die Musik, das Essen? Jetzt im Wahljahr kehrt auch jenes polarisierende Thema wieder zurück, das die heimische Politik schon früher bewegt hat. Die Leitkultur. Nur, was ist die österreichische Leitkultur? Der Netzwerkforscher Harald Katzmeier definiert den schwerfassbaren Begriff grundlegend so. Die entscheidende Frage einer Leitkultur ist, wer sind wir? Wer wollen wir sein? Was sind unsere Ambitionen? Wohin wollen wir uns entwickeln? Wofür wollen wir uns Applaus geben? Diese Fragen müssen beantwortet sein, um auch den Anspruch zu haben, eine Leitkultur zu sein, die andere anleiten soll, die ein Attraktor sein sollen, die attraktiv sein sollen für andere. Und man leitet, indem man überzeugt und indem man inspiriert und indem man Vorbild ist für andere. Und man wird nicht überzeugen, indem man sagt, okay, wir wollen das jemanden aufzwingen, aufprägen. Dann ist man im Kampf, dann ist man im Kulturkampf. Soweit die Theorie. Wenn sich in der politischen Praxis etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl auf die Leitkultur bezieht oder ÖVP-Kanzler Karl Nehammer sie zuletzt in seinem Österreich-Plan ausruft, geht es vor allem um das, ein Regelwerk. Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen, dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Doch wozu braucht man in einem Rechtsstaat mit Verfassung eine Leitkultur? Wenn die Welt sich immer schneller wandelt, könnte eine vernünftige Leitkulturdebatte den Alteingesessenen und den Zugewanderten helfen, sagt der Soziologe Kenan Günger. Einen Teil der Leitkulturdebatte würde ich auch für mich das Thema die Migration einbeziehen. Wie gehen wir denn in einer zunehmend diverser werdenden Gesellschaft miteinander um? Man kommt ja auch in ein Land, wo es auch eine gewachsene Tradition gibt. Von Kulturen, von Bräuchen und so weiter. Man muss nicht alles sozusagen sofort nachahmen, aber man kann im Respekt davon leben. Wie geht das? Was machen wir damit? Und deswegen glaube ich, wenn man sowas klug machen würde, sich immer wieder mal Rahmen zu schaffen, Diskurse zu schaffen, wie so ein Klärungsprozess aussehen kann. Hier im 15. Wiener Gemeindebezirk war Muammar Pizirovic bis 2019 Obmann der Jungen Volkspartei, ehe er aus der Partei Austrat. 2020 hat er sich gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen ÖVP-Politiker Erhard Bussek in dem Buch Heimat mit Fragen beschäftigt, die er heute anders sieht als seine Ex-Partei. Der Unterschied ist, und das versteht die Volkspartei bis heute nicht, aber generell das politische Spektrum bis heute nicht, die Sachen sind immer eine Sache des Fördern und Forderns. Wenn ich jetzt von Ihnen eine Anpassung fordere, dann hoffe ich, dass ich dahin gefördert werde. Wenn ich aber jetzt im 15. und im 10. Bezirk, wo die Bildungsabschlüsse eher mau sind, nichts dafür tue, dass die besser werden und nichts dafür tue, dass diese Kinder eine faire Chance haben in ihrem Leben. Was denken Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die sich anpassen werden? Man muss den Verstand und das Herz dieser Leute erobern. Das kann Österreich nicht, weil Österreich selbst nicht weiß, was es jetzt zusammenhält. Die Leitkultur, das fremde Wesen. Mitte der 1990er Jahre brachte der in Deutschland lebende und in Syrien geborene Politikwissenschaftler Basam Tibi den Begriff einer europäischen Leitkultur auf, der zum Beispiel auch hier bei einem Auftritt im ORF diskutiert wurde. Dieses Problem, worüber wir hier reden, gibt es in den USA nicht. In Amerika gibt es eine politische Kultur, die den Menschen, die zuwandern, also Self-Belonging, also dass sie ein Mitglied der Community werden. Und in Europa sind Einstellungsveränderungen, also sie brauchen nicht nur Zuwanderungspolitik, sie brauchen Einstellungsveränderungen. Und wenn sie das nicht tun, dann führen sie mit den Menschen, die hier reinkommen, auch Probleme ein. Also das sind nicht die Menschen, die die Probleme bringen, sondern die fehlende Integration. Damals noch ein Thema für philosophische Diskussionsrunden. Heute ist die Leitkultur vor allem Teil der Tagespolitik. Auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger entdeckt jetzt den Begriff und fordert, dass die Staatsbürgerschaft noch klarer mit einem Bekenntnis zur Verfassung verknüpft werden solle. Die Politikwissenschaftlerin Siglinde Rosenberger vermisst eine tiefergehende Debatte rund um den diffusen Begriff der Leitkultur. Sie zeigt sich heute sehr stark als eine national-konservative Haltung in Europa, die von rechten und rechtsextremen Parteien geteilt und forciert wird. Die fast Single-Issue-artig auf die Migration abzielen. Und in Österreich hat mehr als ein Viertel der Bevölkerung Migrationshintergrund. Das heißt, die Gesellschaft ist vielfältig geworden, sie ist multikulturell geworden. Und aus dem heraus mag es so etwas wie eine Sehnsucht, eine erfolgversprechende Taktik nach Klarheit, nach Ordnung geben. Doch die Leitkultur-Debatte alleine gebe nicht vor, wohin die Reise führt. Ist das eigentlich nur ein Wahlkampfschmäh? Ja, das ist es definitiv. Die Migrationsgeschichte wird immer aus dem Hut gezaubert, entweder wenn man ein politisches Problem hat, das man sonst nicht lösen kann. Und deshalb sagt man, da, die Migration ist wieder das große Thema. Oder vor Wahlkampfzeiten, weil das die Menschen am meisten offensichtlich aufregt. Das Problem ist aber, die Essenz des Problems in dieser ganzen Debatte ist, uns fehlen große Staatsfrauen und Staatsmänner, die Probleme bei der Zuwanderung wirklich lösen. Ein derzeit höchst emotional diskutiertes Problem rund um Zuwanderung ist Gewalt an Frauen. Ende Februar treffen sich die Justizministerin, der Innenminister, die Frauenministerin und der Sozialminister zum Austausch mit Experten. Zuletzt kam es in Österreich zu einer Reihe verstörender Gewalttaten an Frauen, bis hin zu mehreren Morden. Unter den Tätern waren auch junge Männer mit Migrationshintergrund. Wie kürzlich im Fall des sexuellen Missbrauchs einer zwölfjährigen Wienerin durch eine Gruppe Jugendlicher. Trotzdem ist diese Gewalt ja nicht nur bei diesen jungen Männern zu finden. Sie ist möglicherweise stärker dort zu finden als bei anderen jungen Männern. Und das ist natürlich ein bestimmter Auftrag, um mit diesen Jugendlichen umzugehen. Es ist der Auftrag, was die Sozialisation betrifft. Es ist der Auftrag, was die Jugendarbeit betrifft, was die Präventionsarbeit, die Schule. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass auch die Gesellschaft insgesamt hier eine Vorbildfunktion hat. Dass die gesamte Gesellschaft eine antidiskriminatorische Haltung gegenüber Frauen und Mädchen einnimmt. Der Großteil der zugewanderten Menschen würde im Einklang mit den gängigen Normen leben, sagt der Soziologe. Probleme mache eine kleine Gruppe von sehr autoritär, patriarchal und religiös geprägten Männern. Es gibt auch Leute, die dann sagen, diese Werte und Normen, die sind für mich viel zu locker, viel zu liberal. Wir brauchen viel mehr Härte, Strenge und so weiter. Diesen Teil gibt es dann auch, die auch ein anderes Frauenbild haben. Und bei diesen problematischen Gruppen und Milieus braucht es noch andere Ansätze. Nur muss man, darf man den Fehler nicht machen, dass man diese problematischen Milieus, die es gibt, die nur sieht und das eigentlich verallgemeinert auf die Migrationsbevölkerung insgesamt, weil ein Großteil der Migranten selber sind meistens entsetzt, was in diesen Gruppen zum Teil passiert. Die Politik muss sich im Klaren sein, welche Leitlinien Österreich in Zukunft brauche. Denn sonst drohe eine Gefahr. Eine Leitkulturdiskussion, die vergangenheitsorientiert ist, ist eine, die keine Anleitung gibt, wohin wir uns entwickeln wollen. Das ist die große Gefahr, dass wir in der Vergangenheit stecken bleiben und keine Wege in die Zukunft formulieren. Also, was prägt Österreich? Integrationsministerin Susanne Raab ist vom Bundeskanzler jedenfalls mit der Ausarbeitung eines Konzepts der österreichischen Leitkultur beauftragt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017